So, jetzt ist es Holz. Jetzt darf ich da mit drauf einschlagen. Also die Zombies sollten echt eine ganze Weile brauchen, dass sie hier durchführen. Und währenddessen werden sie richtig schön immer wieder von den Spikes erwischt. Also hätte ich auf beiden Seiten so eine Verteidigung gehabt, dann wäre die Horde vielleicht auch machbar gewesen. Aber ich hatte halt alles hier reingeballert, was nicht gut ist. Haben wir so eine Tür? Ja, aber die ist schneller kaputt. Komm schon. So. Bam. Dich. Tadaa. Level up. Der Ausgang oben war gesichert. Und die Luke könnte ich dann aber nochmal verstärken. Genau, da bräuchte ich dann aber auch wieder Metall für. Ja. Sieht hier in der Richtung schon mal okay aus. Ich verteile jetzt hier noch ein paar von den Dingen. Auf jeden Fall, dass ein Zombie unbedingt hier in die Ecke laufen will. Warum auch immer. Aber hey, es sind Zombies, die machen komische Dinge. So. So. Dann müssen wir... Aha. Dann müssen wir hier halt direkt vorsichtig sein. Und die Kiste... Komm einmal richtig. Machst du Kraft. Die Kiste kommt weg. Damit hier noch mehr von den Stacheln hin können. Und bau bitte mehr von den Stacheln. So. Weapons Missing Level 4. So, ist wieder ein anderes Skill. Ja. Okay, also ich mach jetzt Steinexte für Tool Crafting. Und ich mach Wooden Bowes für Weapons Missing. Und dann habe ich hoffentlich auch mal einen ordentlichen Bogen. Dann kann ich mit dem ordentlichen Bogen und den Metallfeilen eventuell ein, zwei Zombies erschießen, wenn wir ein Spielangriff haben. Kommt mal alle mit und werden verbrannt. Zusammen mit den Bögen. Da gibt es einen Mülleimer-Gegenstand, wo man Sachen reintut und sind einfach weg. Weiß ja nicht. So, was... Du hast hier Metall für mich. Ich hätte gerne noch mehr Metall. Und gerne noch mal. Keine Ahnung. 20, 30 Herohertz. 20 sollten erstmal reichen. Äh... Scrap Island. Ich ne ganz gerne. 83 klingt jetzt viel, aber mach mal. Ich hole morgen dann neues Eisen aus irgendwelchen Dingern raus. So. Du hast das Wasser. Du hast das. 13 mal. Was? Was... Was keucht da? Ist das so ein Screamer? Ich hab in den Kommentaren was gelesen von einem Screamer. Wenn man den nicht tötet, kommen ganz, 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 ganz viele Viecher. Das letzte Mal braucht echt lange. Hallo? Ähm... Kann ich dich hier reinsetzen? Nein, weil das da oben immer noch fehlt. Ach, das ist da oben mal weg. Ich hätte ganz gerne eine Tür, wo ich mich zuziehen kann. So. So. So, jetzt brauche ich einen Frame lieber. Kann ich jetzt die Tür setzen, bitte? Nein, weil das da nicht gerade ist, oder was? Ihr seid echt... Boah. Okay. Das heißt, ich muss jetzt... Da rechts und links was hinpappen. Kann ich aber nicht, weil diese Metallvorteile davor sind. Äh... 2000... Gottverdammt, nee. Das Ding wird keine Tür bekommen anscheinend. Das ist schade. Ach, vielleicht gibt's hier irgendwas Alternatives, äh ähnliches. Oh, da ist der Sledgehammer. Kann ich damit das schnell kaputt machen? Nicht wirklich. Ach, da hinten. Das ist ein ganz normales Zombie-Din, oder? Das ist ein ganz normales Zombie-Din, oder? Nein. Das hat sie nach einem Schrei angehört. Ich... ich teste. Ja, ist immer nur bepowered. Mach die Tür wieder zu. Surge Screamer-Zombia. Hätte ich die jetzt nicht gekillt, wären wohl immer wieder neue gekommen. Und sie ging recht gut. Kaputt. Aber wie immer. Naja, kein Holz. Was ich alles verbraucht hab? Ja... Ist das... Trinkt das? Gut. Die Tür muss auch nicht verstärkt werden. Achso, wo ich grad beim... Sachen hinstellen bin und so weiter. Dann nochmal... Passt du jetzt hier rein? Ja... Da ist schon was drin. Da ist so ein Block hier. Plan für morgen. Holz. Sehr viel Holz. Werde ich vermutlich aber auf Kamera machen. Die Türen hier oben sichern. Irgendwas einfallen lassen, wie wir das hier hinbekommen. Also ich könnte... Die Dinger jetzt wegschlagen. Ja, das geht. Die Dinger wegschlagen und dann hier nochmal links und rechts nochmal Odenframes bauen. Und da rein denn eine Tür. Klingt nach sehr viel Arbeit für jetzt ein Ring mehr. Und... Ich müsste übrigens hier dann auch... Entweder innen oder außen. Ich wäre eher für die Seite hier. Hier auch überall wo den Locks hin machen. Das heißt, wenn ich hier versuche irgendwo durch die Wand durchzukommen, statt durch die Tür, dass sie dann durchgehend Schaden bekommen. Was aber, ne? Auch wieder den Stierlflauern es kostet. Und weg, so. Du, 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 du. Und ich kann die Tür jetzt noch nicht setzen, weil ich die Tür erst setzen kann, wenn das Holz dran ist. Ah, Gottverdammt. Ja, hier gehört noch eine Tür rein. Wo ist jetzt das Problem? Kein Problem. Kein Problem. Wenn kein Problem, denn ist ja gut. Du rein. Also... Verbrennen wir ruhig ein bisschen mehr davon. Oh, die Bögen bringen wesentlich mehr, wahrscheinlich weil sie mehr Holz brauchen zum Herstellen. Behalten wir einen. So. Dann bitte Golden Rod, Maximum. Guck. Und du, gib mir das alles her. Du, da, so. Schaufel haben wir, Pickaxe haben wir, Axt haben wir, Sledgehammer haben wir jetzt auch. Und der ist... Hammer. Ähm... Das bleibt im Inventar. Das kann raus. Die Waffenteile können weg sortiert werden. So, da haben wir eine Panik jetzt. Die muss ich auch nochmal irgendwann umsortieren. Ihh... Bipip... Bipipipipipipipipipipipipipipipip! Da, Magnumparts. Dahin. Wasser für Schneeschaufel machen wir demnächst wieder, aber jetzt nicht. das kann da bleiben das brauche ich alles und ich sollte eigentlich eine Notfallreserve von so 5, 6 von dem Metall hier haben damit ich mir ein neues Werkzeug machen kann also ein neues Eisenwerkzeug falls da mal was ansteht also du ich habe fast nichts mehr also an Eisen und Clay wird auch immer weniger bitte das alles das Clay reinschaufeln das kann auch noch rein und da lässt es ein bisschen länger dabei kriegst du Kohleunterstützung gut gemacht bitte ähm Forged Iron Max, go du bist ausgelastet so wir haben es jetzt 5 Sonne geht gleich auf ich kann mich also wieder rauswagen für das Holz eine zweite Tür nee aber ich kann hier die die Dinger schon mal verbessern ich kann hier nochmal aufstufen ja nee komm das reicht oh hallo au oben ist jemand tief das wird dann wohl die Horde sein die der Schrei die wieder angezogen hat also eine Mini Horde die zerlegen gerade oben irgendwas okay okay war gar nichts mehr zum Braten ach so und das Golden Tea Ding ich sollte auch nicht alles davon auf einmal im Inventar haben wegen Tod und so acht Stück sollten mehr als ausreichend sein Honig reichen auf zwei weg 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 das passt so Federn gib mir Federn alle Federn und gib mir bitte die auch noch und dann hätte ich gerne Iron Arrows Maximum craften den Bogen habe ich ja noch auch wenn er leider 020 ist aber besser als nix oh es fühlt sich nah an das wird wieder ein Audio Glitch sein oder darf ich sind die Tür da nee die sind oben es hört sich nur so an als wären sie hinter der Tür also eigentlich hört es sich an als wären sie in meinem Kopf direkt drin so nah es ist aber das werden sie willkommen sein so jetzt Vorschlaghammer und tagsüber wo sie langsamer sind schauen ob ich die kaputt kriege so du solltest zu torkel okay das ist wohl irgendwas besonderes hier Screamer hat nämlich nur einen Schlag gebraucht und du warst drei stehst du da auf warum auch nicht lebensbote und so bogen definitiv bogen äh da endlich tot wenn man trifft dann ist es ordentlich keiner mehr hier keiner mehr hier okay wo versucht ihr gerade reinzukommen Jungs da ist noch eine Leiche da ist einer du kriegst mal warum regeneriere ich nicht weil Wasser fehlt trink okay der Vorschlaghammer ist nicht mehr überpowert die Schreierin da war nur sehr schwach ist doch den Stein Alter hallo das ist ein Vorschlaghammer der ist schweineschwer und hart ist jetzt dein Zeitpunkt tot umzufallen oh okay ich konnte dafür verstümmeln äh komm mal her ein bisschen stamina und dann nochmal anderer Arm vielleicht bist du jetzt tot Gott das ganze für so ein bisschen Metall hast du boit 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 so das hier müsste mit der Zeit auch irgendwann mal gestopft werden aber ja hat nicht so hohe Priorität jetzt werde ich allerdings den da töten und danach off camera und die da töten off camera hohe Zagen und nichts dabei so jetzt dich raus und dann einfach jetzt nur stur den Baum weghauen und dann vielleicht noch den da dass ich so 1000 1500 Holz hab und dann melde ich mich wieder also bis gleich mit